Und willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey und ja, ich weiß gerade nicht, wo wir sind, aber ich glaube, wir machen diese Atlantis-Sachen, ja, ja. Warum bin ich eigentlich noch hier? Achso, habt ihr irgendwas beendet? Ja, komm, gehen wir doch erstmal dahin, fangen wir mit dem an. Ja, da habe ich schon gerade mal gefunden. Okay, alles klar. Äh, was ich erzählen wollte, wir spielen jetzt hier wieder Assassin's Creed Odyssey, schön im Sommer und endlich ist der Sommer nach Deutschland gekommen. War heute schon im Pool, war sehr geil. Jetzt bin ich ein bisschen fertig von der Sonne und dem Wasser, aber naja. Ja, ist nieblas, wenn es so warm ist. Dann habe ich auch noch Zelda angefangen zu spielen und ja.